Immer und immer wieder hörst du den Namen Retouch for Me hier auf diesem Kanal. Die Firma ist seit einem Jahr Partner von mir und stellt hochwertige Bildbearbeitungs-Plugins her. Die Jungs und Mädels haben sich dabei auf die Fahne geschieben, dir Zeit zu sparen in deinem Workflow und deine Qualität, je nachdem wie gut dein Skill-Level ist, dabei gleich oder sogar noch besser zu gestalten. Und ich habe das ja schon vorgestellt, unter anderem so Plugins wie Dodge & Burn, Portrait, Volumes, Color Match und so weiter und es kam sehr gut an. Einziger Kritikpunkt war, die Plugins sind sehr teuer, denn mit im Durchschnitt 120 Euro pro Plugin ist das schon gar nicht so ohne. Und jetzt gibt es etwas Neues und deswegen will ich euch davon erzählen, weil es wirklich nicht nur den Vorteil der Preisersparnis hat, sondern auch noch die Performance verbessert, nämlich Cloud Retouch. Cloud Retouch ist im Prinzip ganz simpel. Ihr benutzt Photoshop, was die meisten einfach für die Bildbearbeitung tun, habt euer Panel, das ihr euch kostenlos jederzeit schon runterladen könnt, und könnt jetzt hier neben den lokalen Plugins, die ihr vielleicht schon benutzt oder auch nicht, könnt ihr jetzt die Cloud Retouch Funktion ansteuern. Ich zeige euch gleich mal technisch, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen uns auch an, ob es Unterschiede gibt zwischen der lokalen und der Retouch in der Cloud. Aber wie genau funktioniert das Ganze jetzt? Nun, es ist ganz simpel. Zuerst einmal geht ihr auf deren Website und dann seht ihr schon, wenn ihr eingeloggt seid, im Account kann man jederzeit kostenlos erstellen, gibt es hier Photoshop Panel hier auf herunterladen. Alternativ gibt es das Ganze auch in der Cloud Retouch for Me Panel. Dann gehe ich in Photoshop, wenn ihr es nicht gleich angezeigt bekommt, geht ihr hier oben auf Plugins, Retouch for Me Plugin. Ich klicke hier drauf und jetzt seht ihr schon, wir starten hier bei Cloud Retouch mit der Login Funktion. Wer hätte das gedacht? Wir loggen uns hier ein, bin ich im Browser schon eingeloggt, erkennt er das Ganze. Ich klicke hier auf Approve und schon gibt er mir den Zugang. Jetzt bin ich hier in Photoshop und kann hier jederzeit, und das habe ich vorhin schon mal gleich getestet, ein paar Plugins auswählen. Unterschied, in der lokalen Version, also sprich, wenn ihr euch einzelne Plugins kauft, gibt es mittlerweile 14 einzelne Tools und in der Cloud Retouch Version gibt es 10, also 4 sind momentan noch nicht möglich. Jetzt aber wollen wir erstmal die lokale Version testen. Wichtig, ich lasse das hier ungeschnitten und wir stoppen mal mit, wie lange das Ganze braucht. Ich möchte hier kleine Werbung für die Needs machen, Model hier aus meiner Region, kann man buchen, der hat uns freundlicherweise mal das Bild zur Verfügung gestellt, weil es ist perfekt für so eine Bildbearbeitung. Wir machen Dodge & Burn, Portrait Volumes, Skin Tone, um zu gucken, korrigieren wir ein bisschen den Skin, weiße Zähne, Fabric und ich würde sagen Eye Brilliance, damit die Augen schon rauskommen, machen wir auch. Ich zeige euch auch noch gleich einen technischen Unterschied zwischen lokal und der Cloud, kommen wir gleich dazu. Zuerst aber mal klicke ich auf Retouch, jetzt macht er so eine Art Stapelverarbeitung und es geht los. Ich lasse es laufen. Ihr seht jetzt im Hintergrund, macht ihr die einzelnen Optionen. Immer besonders bei diesen Plugins, ich möchte es nochmal erwähnen, es ist nondestruktiv. Ich kann immer wieder zu einem früheren Stand der Dinge zurückkehren. Ich kann mir einzelne Sachen ausblenden, weil ich vielleicht nicht ganz so zufrieden war. Und ich habe die volle Kontrolle über jede einzelne freie Ebene. Das bedeutet, ich kann die Deckkraft anpassen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, Leute. Das Plugin liefert euch 100% des Effekts. Macht das nicht. Passt es immer ein bisschen je nach Bild an. Jetzt ist es auch schon fertig und ihr seht, ich habe jetzt hier alle meine Tools. Ich nenne das Ganze mal Local und wir schauen mal ganz kurz an. Also hier Portrait Volume gibt ein bisschen mehr Pep rein. Dann gibt es hier das Dodge & Burn. Ich finde den immer unfassbar toll. Skin Tone hat er auch leicht korrigiert. Und was ich jetzt mache, entweder sagt ihr, komm, alles in dieser Gruppe soll 70% Deckkraft beinhalten. Ist ein bisschen entspannter als 100%. Oder ihr geht, so macht es der Profi, einzeln durch und sagt, komm, ich möchte eigentlich von allem hier oder von den meisten Fällen so ein bisschen weniger Deckkraft haben. Das ist einfach, man soll eigentlich gar nicht großartig erkennen, dass ihr hier krass was korrigiert habt. Dann ist es eigentlich schon der perfekte Effekt. Auch hier, das ist schon zu glatt. Ich wähle hier 80%. Es kommen noch so ein paar Dinger durch. Schaut mal hin. Also wenn ihr das alleine, wenn ihr alleine mit Texturen, mit Klamotten zu tun habt, Fashion, Anzüge, Mitarbeiterportraits, wie auch immer. Und ihr müsst das korrigieren. Und glaubt mir, Leute, ich habe hunderte Bilder in meinem Leben retuschiert. Nur wegen sowas. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Es ist wirklich geil. Und das nicht, weil ich jetzt hier irgendwie Kohle bekomme. Wäre geil, wenn ich viel Geld dafür bekommen würde. Nö. Es ist unfassbar. Das spart euch Zeit. Das ist eure Marge. Und dann verdient ihr eine Bildbearbeitung. So, das ist das Geheimnis. Jetzt aber gehe ich hier hin. Ich mache noch ganz kurz diese Ebene wieder an. Ich blende es mal aus. Und das Ganze machen wir jetzt bei Cloud Retouch. Auch hier sollten es insgesamt sechs Plugins sein. Eye, Brilliance, White Teeth, Fabric, Skin, Ton, Portrait, Volumes, Dodge & Burn. Perfekt. Das Ganze, was ich jetzt machen muss, ist, ich klicke auf Retouch. Und jetzt kommt hier ganz kurz das Thema Bezahlen ins Spiel. Ihr kauft euch bei Retouch for me Credits. Jede Aktion ist ein Credit. Wenn ihr also mehr als einmal diesen Dodge & Burn Effekt antriggern würdet, ist es jeweils immer ein Credit. Okay? Ihr könnt Credits kaufen entweder in so einem Pack oder als Subscription, wenn ihr sagt, ich brauche immer wieder jeden Monat, keine Ahnung, 500 Stück, wie auch immer. Das kann sich jeder selber hochrechnen. Aber jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit. Ihr bekommt 20 Credits for free am Anfang. Und wenn ihr noch gar kein Retouch for me Plugin habt oder ihr schielt schon länger auf eins, weil ihr sagt, du, ich kaufe sie lieber einmal, will diese Credits-Geschichte gar nicht haben, dann nehmt diese 20 Credits, holt euch das Panel, testet die Effekte, vielleicht sogar ein, zwei, dreimal an drei Bildern, wie auch immer, und entscheidet euch somit zum Kauf. Müsst ihr auch keine nervige Demo-Lizenz holen, dies, das. Nein, ihr macht es einfach über die free Credits, die schon da sind. Also, ich klicke jetzt hier drauf, wir starten wieder. Normalerweise, das ist jetzt hier nicht mehr, weil ich es schon benutzt habe, beim ersten Mal fragt ihr euch, ob er das Bild auf den Retouch for me Server hochladen darf. Datenschutz und dies und das und blablabla. Ich kann euch gleich schon mal sagen, es wird kein deutscher Server sein, ziemlich safe. Die, die sagen, oh mein Gott, Datenschutz, Verstoß, wie auch immer. Hey, für euch ist es nichts. Für alle anderen, die sagen, let's go, come on, Hauptsache, schnell zum Ziel. Come on, macht es einfach. Das könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Also, ihr seht, hier ist das Panel. Was ich ein bisschen schade finde, aber es ist bei beiden Arten der Retouche so. Ich kann jetzt, während er diesen Prozess macht, nichts im Hintergrund machen. Ich kann nicht schon auf einem zweiten Bild irgendwie was machen. gerade was korrigieren oder wie auch immer. Sprich, das ist das, wo ich wieder ein bisschen Zeit verliere. Aber im Verhältnis zu all diesen Effekten und der Zeit, die ich mir spare, ist es gelacht. Schon ist es fertig. Und jetzt werden wir mal hier vergleichen. Lokal, Cloud, Lokal, Cloud. Es sind dieselben Ergebnisse. Nur, dass wir uns Performance gespart haben durch unseren Rechner. Und ihr seht jetzt auch nochmal die Zeiten, Lokal und Cloud. Cloud, da sieht man schon, spricht für sich, glaube ich. Deswegen, ich finde das cool, wenn ihr also sagt, hey, ich bin ready dafür, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es kommt noch eine kleine Besonderheit, die ich angesprochen habe. Bei der Cloud, und das könnt ihr bei der Lokal nicht machen, könnt ihr hier neben jeder Option auf diesen Pfeil klicken und könnt hier den jeweiligen Effekt einstellen. Also sprich, macht Deutschen Bönde auf 70%. Hier aber nochmal eine kleine Warnung. Wenn ihr das macht und ihr merkt dann hinterher, dass es doch zu wenig Effekt war, dann müsst ihr nochmal das Ganze anstupsen. Es kostet euch wieder einen Credit. Deswegen würde ich euch vorschlagen, macht lieber 100% und reduziert dann die Deckkraft. So würde ich das Ganze machen. Kommen wir zu der Kalkulation. Lohnt sich das Ganze? Macht das Sinn? Ich habe hier mal einen Vergleich gemacht und den will ich dir zeigen. In meiner Liste beginnen wir damit, was koste ich in der Stunde? 150 Euro. Im Schnitt brauche ich dann zum Beispiel für ein Bild, wie jetzt bei Nils, damit das tippitoppi ist, 30 Minuten. Wir gehen jetzt mal generell bei dieser Kalkulation davon aus, dass du weißt, was du tust, dass du schon ganz gut bist in der Retusche, um das Ganze zu vergleichen. So, ich berechne meinem Kunden pro Bild 150 Euro und wir bleiben jetzt mal bei einem Bild. Ich habe hier mal grob aufgelistet, das sind all diese Tools, die ich im Cloud Retouch von Retouch Homey anklicken könnte, wie lange ich händisch dafür brauchen würde. Das eine oder andere ist sogar ein bisschen sehr optimistisch, denn ihr wisst es ja selber, dodge and burn ich, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren. Bei den zum Beispiel Eye-Wazzels, diesen kleinen Adern im Auge, muss ich vielleicht ein bisschen nochmal das eine oder andere Werkzeug switchen. Also das ist schon sehr optimistisch und dann seht ihr, ich brauche für mein Bild hier 30 Minuten. Okay, das ist jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus. Das entspreche einer Arbeitszeit von 75 Euro. Ich habe das hier oben auch mal aufgelistet, 150 Euro in der Stunde wären 2,50 Euro in der Minute. Ich brauche 30 Minuten, also 75 Euro und habe dementsprechend einen Gewinn von 75 Euro. Was an sich ja gar nicht so schlecht ist. Wichtig hier, da ist es nicht dabei, wie du für das Speichern benötigst oder für das Öffnen des Bildes, ob du davor was im RAW-Converter machst oder wie auch immer. Hier geht es jetzt mal rein um Photoshop, rein um die Retusche. Nur für dich jetzt als Info. Hingegen, und jetzt kommt das, was tatsächlich sehr, 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 sehr spannend ist, Retouch for Me Cloud. Hier habe ich das Ganze mal ausprobiert, ohne die Aufnahme. Und zwar habe ich alle Plugins bei Nils seinem Bild angewendet. Mit der Stoppuhr waren es tatsächlich 63 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, die Nachkontrolle, weil ich vielleicht doch nochmal ein bisschen was verändern muss, die Deckkraft verändern muss, liegt hier ungefähr bei zwei Minuten. Und dann sind wir abgerundet bei genau drei Minuten Arbeitsaufwand. Das entspräche laut meiner Minutenrechnung 7,50 Euro. Und hinzu kommt der teuerste Credit, den man kaufen kann, nämlich 25 Cent pro Bearbeitung. Da ich das alles als Batch gemacht habe, rechne ich hier eine Bearbeitung. Und schon seht ihr, wir haben hier 7,75 Euro ausgegeben. Und ich war in drei Minuten fertig. Das habe ich jetzt gar nicht hochgerechnet, wie viele Bilder ich jetzt in der Zeit bearbeiten könnte. Aber ihr seht schon, es ist extrem. Und wenn man das jetzt hier runter bricht, dann sind das 142 Euro Gewinn. Wir können das Ganze auch nochmal ein bisschen anpassen. Sagen wir zum Beispiel, eure Batch-Geschichte dauert von mir aus sogar 90 Sekunden. Und die Nachkontrolle benötigt drei Minuten. Also sind wir hier bei 4,5 Minuten. Dann gebe ich hier 11,50 Euro aus und bin immer noch weitaus, weitaus deutlicher in der Gewinnzone. Und so macht das Ganze Spaß. Was natürlich hinzukommt, es gibt Bilder, die generell komplizierter sind. Die euch auch oben deutlich mehr Geld kosten würden. Und ich habe mich dabei schon tatsächlich des Öfteren erwischt, wie ich Bilder für Kunden, das war vor, ja, doch einigen Jahren, wie ich das gemacht habe. Und wenn ich gemerkt habe, warte mal, dir rennt die Zeit davon. Du kannst jetzt gar nicht mehr profitabel hier wirtschaften. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ich rechne eine Bildbearbeitung nach Stunden ab. Aber sind wir mal ganz ehrlich, du kannst einem Kunden eigentlich nicht ins Blaue sagen, du, ich schätze mal für dieses eine Bild im Porträt benötige ich jetzt eineinhalb oder zwei Stunden. Weil, sind wir ehrlich, zum einen nach unten downgraden wirst du selbst nicht. Und nach oben, ja, wie gesagt, je nach Wissensstand und Co. kann es sein, dass du länger brauchst. Deswegen musst du hier mit einer Pauschale pro Bild rechnen. Ich kenne ganz viele, die das so machen. Und dann siehst du hier, es ist definitiv, selbst wenn du noch ein bisschen mehr Nachkontrolle haben müsstest und so weiter, ein Riesenunterschied. Und das macht sich bemerkbar. Du kannst dir aus Spaß dir mal auch hochrechnen, wenn du alle Plugins kaufen würdest, was irgendwas über 1000 Euro sind, wie viele Bilder du bearbeiten müsstest mit dieser Gewinnspanne, damit es sich lohnt, diese Plugins zu kaufen. Es ist Gewinnspielzeit, Leute. Wer von euch hat Lust auf 100 Credits? Du? 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 Ihr alle, ich weiß es. Also 100 Credits plus die 20, die es ja ohnehin schon on top gibt, für einen glücklichen oder eine glückliche Gewinnerin. Was müsst ihr dafür tun? Ganz simpel. Folgt diesem Kanal im Sinne von abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Und deabonniert danach nicht. Das ist nämlich unfair. Dann Daumen hoch auf dieses Video und schreibt in die Kommentare, warum ihr gerne 100 Credits gewinnen wollt und welche Bilder ihr damit unbedingt bearbeiten wollt. Würde mich riesig interessieren. Und deswegen nehmt teil. Das Ganze lasse ich vom Release dieses Videos eine Woche laufen und danach gibt es für den Gewinner Instructions, wie das Ganze dann läuft. In diesem Sinne, viel Glück euch allen. Und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Cloud Retouch sinnvoll findet oder ob für euch doch die lokale Version in Frage kommt.